Ich habe erst so eine extra Eisenbahn verkauft und dann... Was machen wir jetzt? Jetzt ist die Stimmung halt hier am Tiefpunkt, ne? Ah, nein! Ich weiß was! Egal, wir können das retten. Wir haben einen Stargast mitgebracht, da habt ihr bestimmt alle gedacht, der ist schon längst tot, dabei hat er sich natürlich nur aus steuerlichen Gründen totgestellt. Eine Taktik, die auch der Herr Hoeneß mal hätte anwenden können. Ich bin sehr stolz, euch hier in Geiselwind ankündigen zu dürfen. Aus seinem kalten Grab im heißen Jamaika hat er den weiten Weg hierher nach Geiselwind gemacht. Hier ist für euch, Mr. Bob Murray! Guten Abend, meine Damen und Herren! Hier in Geiselwind's Town! Ich liebe es, heute Abend zu sein, für eure schöne Leute. Und ich hoffe, dass alle, die Scotty singen mit mir. Na, 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 na. Komm an, guys, haben wir tot! Na, 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 na. Oh, beautiful, yeah! Na, 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 na. Everybody, don't join in! Na, 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 na. Na, 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 na. Bist batterierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierierier Und wenn sie dann noch zu schreien anfängt, ganz hoch und schwirrt. Das bringt den stärksten Rastamanen zum Methodus, sagt dir. Da, Albekannstein. Da, Albekannstein. Hör mir zu, mein Herr, lass die sagen. Keine Katzschrei. Es gibt so viel schönes Ding auf Welt. Alles, was Rastaman braucht. Cannabis, Gras, Marihuana und Tod. Im Grunde Wunsch, Hauptsache es rauf. Schießt nicht den Charif, schießt lieber deine Frau. Das trinkt wie Dämpchen, viel sofort. Sie ist mal frei, das Leben ist so schön. Du brauchst keine Frau dafür, das ist mein Wort, sagt dir. Ka, Albekannstein. Ka, Albekannstein. Hör mir zu einer. Lass die sagen. Ka, Albekannstein. Lass die sagen. Lass die sagen. Von einer Rastaman, die eigentlich gar nicht mehr am Leben. Aber sehr viel erlebt. Wenn du keine Frau hast, dann gibt's auch nix Schwierigkeiten. Am besten, du nimmst dir eine große Stück Kuchen. Auf dieser Seite. Und dann, du bittst dir eine große Stück Kuchen. Auf dieser Seite. Und dann, du legst auf deinem Bett. Rauch die Birte dick. Und dann, lege Hand an dich selbst. Du kennst Jürgen Bürgen. Du kennst Mütze Glatze. So kannst du dein Leben gewiesen. Bis als Ende deiner Tage. Ich sage, Peace. Ich sage, Frieden. Und ich sage, Good Lord Ration. All over you. Ich sage, Peace. All over J.O. Ich sage, Peace. Over Geiselwitt Tower. Und ich sage, Peace. All over die Welt. Peace. Peace. Yes.